Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Also ein gut gezielter Headshot? Hörst du nicht? Ah ne, ich hab meine Waffen gerade nicht da. Ah ja, richtig. Komm. Ein Film. Halt. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Und das passiert. Hä? Woher weiß ich das? Wie wollte die denn reinkommen? Überzeugung. Es ist ja unaufwendig, wie sie schon anfangen zu schleichen, bevor sie die Tür zu machen. War schön. Das war so gut, finde ich. Auf der Statue. Ich pass aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Alter. Das Grab ist ja. Das ist ein bisschen eingebildet in sie aber schon. Sie ist eine Kanäle. Wenn ihr bereit seid. Nein, sie. Sie hat gerade gesagt, dauert nicht lang. Na ja, sie ist zufallsüchtig, dass wir das schaffen. Sehr optimistisch. Äh. Wirklich sehr optimistisch. Na ja, passt doch. Ich weiß nicht, was du magst. Also, ich weiß nicht, was du magst. Äh. Na, umf. Ja, weil... Ah, das weiß. Das was? Das weiß. Ich verstand das Weihnachten. Wo ist Weihnachten? Wieso werden jetzt eigentlich die ganzen Tipps wieder angezeigt? Ja, weil der weiß, dass wir gerade wohl die Opfer sind. Gut, wie komme ich rein? Ah, parken. Der so, okay, hat ein halbes Jahr nicht gespielt, hat keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich. Na hoch. Nee, ist derzeit. Warum nicht nach oben? Weil jetzt nach oben. Weil das war da nicht angezeigt. Voll peinlich. Wow. Nicht schlecht, ja schlecht. Alter, ist die nicht solche Mucki? Ich weiß nicht, Gott. Lara, wo bist du? Im Kaiser Grab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Wahrscheinlich war es nicht. Dem traue ich kein Stück weit. Da ist keiner. Das ist im Kaiser Grab. Ah. Ja, und der Kaiser. Oh. Oh, hä? Oh, da ist er ja. Oh, wow. Wie höflich von der Lara, dass sie ihr den Hut abnimmt. Ih, und jetzt, stell vor, er würde sich jetzt bewegen. Ih. Das wäre so hart. Das Grab des letzten Herrschers. Und seinen kompletten Stab. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Das ist jetzt so eine süße Frisur, ey. Okay. Die Eklipse und der Reihe. Ach, da. Tja, was habe ich übersehen? Turn around. Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Keine Mucke. Hier hast du deinen Helm aufgelöst. Hilf dich! Und du bist? Ähm... Hast du deinen Helm vergessen? Ja. Oh, fuck. Nein! Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Unruhato. Ach, und natürlich muss ja auch sie das am Ende machen, ne? Sie ist ja der Hauptcharakter. Karara. Karara. Das hier, Edsley. Er ist der rechtmäßige Erd. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung. Aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht. Rede weiter mit mir. Vergiss nicht. Die Versuchung der Schatulle. Widersteh. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wie nett ist der eine, dass der Rogue weggegangen ist, damit sie diesen Trauermoment haben kann. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja. So, und jetzt kommt das Team. Viel Spaß, Tobi. Piu, piu. Was ist das Team? Das A-Team. Oh, das wäre gut. Dann wären es nur vier. Oh, Sneaky Fiki. Ich bleibe hier. Du hast noch andere Waffen. Stimmt. Ähm. Ähm. Kuh ist heim. Oh, wir können den Muni mehr oder was? Ja. Kuh? Ach nee, der Kuh war nicht alt. Was war heilen? Ich dachte, ich habe Anni Kuh war ja dieses. Dingsibusi. Heilpflanzen F1. Das sah voll komisch aus. Was ist das für eine? Was haben wir mit der Pistole gemacht? Das ist alt. Ich weiß nicht, aber ich mag es. Der Rückhalt ist heftig. Wow. Du hast da auch diese... Oh nein, jetzt die Punkte auf die du... Ich habe es nicht mal bemerkt, dass der Pfeil da nicht vorbei ist. Das ist geil, das Geräusch von dem Pfeil. Ich spüre meinen Zorn. Okay. Okay, hier ist meiner. Wie der andere ganz gechillt daneben. Wann ist der Kollege anfängt zu verbrennen? Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir wohin? Wahrscheinlich halt raus, aber... Ach so, ja. Aber wohin? Und warum waren wir jetzt im Grab? Das hat nichts gebracht. Ja, wir haben irgendein Ding bekommen vielleicht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ja. Ist hier gut. Ich bin hier gut. Schön da hinten. Ah, wir haben noch eine Pappgarn. Gibt es die Pappgarn? 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 Oh ja, das ist sehr komisch. Nein, ich würde mich nicht erinnern können. So. Hä? Die Soldaten? Hat da einer mit einer Pappe auf dich geschossen? Ich habe nur die gestern Pfeil. Nee, das... Ach, das war sie vorhin. Ja, genau. Ach so. Ach so. Ja, dann gehen wir mal raus. Mhm. Ich mache mal ein paar Pfeile. Ja, ich lasse meinen Jobs. Ja, wieso haben wir jetzt wieder... Egal. Weil du die Soldaten unterbruchst. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Legst du dich mit mir an? Ich seh dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Glaubst du diesmal stirbt er? Nee. Nee. Die werden da... Der bekommt doch die eine vom Dorf. Hä? Was? Wo ist Hunuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Oh, scheiße. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter. Deine Mutter... Sie... Sie... Sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführer-Amulett. Oh Gott. Jetzt bist du der Anführer. Sie war... Eine Kriegerin. Oh Gott. Es war... Was tut er? Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukul kann... Der ist voll krass. Der ist so süß! Okay. So ein putziges kleine Ding. Zurück, jetzt sind wir bereit. Du hast da etwas Farbe in... Okay. Etwas Farbe in... Eigentlich überall. Eigentlich überall. Wir fahren zurück nach Kubak-Yaku... und sehen dann wie es weitergeht. Kuk... Was? Kubak was? Äh... Das ist so ein Rademisch. Oder soll das so? Äh... Ich würde ja sagen, es ist abgestört. Ne, ne, das ist völlig unmöglich. Einfach so. D... D... Hajo! Ajo? Hajo? 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 Ami... Lass dir nicht immer alles aus dir nase ziehen. Lass dir nicht immer alles aus der nase ziehen! Ah, ja, ich glaube... hat er gestorben. Ja geil! D... Ja, das ist echt krass. Ja. Ich meine an deinem PC kann es jetzt nicht mehr liegen. Ja, okay, dann äh... Yay! Darte Bildschirm hat es. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Hm, ja. Das ist besser als nichts. Hm, vermutlich ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Ah, das ist doch Freunde. Hallo. Scheiße! Ja, Hand vor den Gesicht halten, hilft. Ich hab keine Ahnung. Dona! Ja, naja. Was darf ich jetzt wieder? Mit mir wär's nicht passiert. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Hm. War das ja nicht. Tja. Tja. Tja, aber nicht. Tja, das ist ja nicht. Tja, das ist ja nicht. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Hast du irgendwas? Bäh! Alles klar! Sieh dir das an! Was gibt's schief? Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Hatschi! Hatschi! Hier ist sie nicht! Hatschi! Hier ist sie nicht! Nice! Mein Tee ist mehr! Oh nein! Nicht, ich weiß nicht! Was hast du gefunden? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll! Oh, cool! Töten, töten, töten! Ja! Oh, scheiße! Ich hab keinen Sinn! Oh! Oh, oh, oh! Du hast Waffen! Ne, hab ich nicht! Boah! Wie, du hast keine Waffen! Oh! 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 Ich weiß nicht, ob der herschaut. Ja, schau ein bisschen her. Ja, schau dir. Der hat aber eine Pistole. Ich kann das so. Ich habe ein komisches Gefühl. Ich sehe dich. Ausschwärmen. Waffenbereit halten. Okay. Hm. Jetzt. Du hattest so seitlich gehen, oder? Hm, stimmt. Du hattest jetzt einfach auf den Zug. Ja, das war... Aber ich wollte die Kiste. Äh... Ernsthaft. Krass, das muss nahe pein sein. Nein, das ist einfach nur schlecht gemacht. Wieso bist du denn nicht hinten aufgetaucht? Da sind sie doch alle. Ja... Man muss nach da hinten. Da war doch ein bisschen Gebüsch. Nein, nein, nein. Weiter, weiter. Weiter, weiter? Ja, da um dir. Da war eigentlich... Achso, hier. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit. Aber jetzt sind sie da... Ja, jetzt hast du eigentlich... Oh, ja. Ja, das ist jetzt... Das ist alles... Ach, das ist alles... Blöd gelaufen. Das ist einfach blöd gelaufen. Das ist jetzt alles kacke. Ach, tötet ihn doch einfach so geil. Ja, ich auch, ich auch. Hä? Wie können wir dich gleich sehen? Ich meine, die gucken nach vorne. Das ist auch geil. Ich muss nachladen. Der hat noch nicht einmal gefeuert. Und gerade die Position. Ja, so kann es sein. Wir haben selber wirklich keine Ahnung, wo wir sind. Wo ist der andere? Da hinten, glaube ich, oder? Du kannst da nicht hin. Ach, du kannst da nicht hin. Das sind keine Gewösche. Ich glaube, da sind beide. Karel ins Wasser. Ja. Das ist so... So dumm gerade. Was ist das? Also, wenn man das so sieht... Dann wüsste man nicht, dass du eigentlich sehr gut in Sneaky Peaky bist bei anderen Spielen. Was machst du da gerade? Ich schwimme. Oh. Das ist auch ein bisschen unlogisch. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Weil ich meine, du bist hinter dem Gewisch aufgetaucht und sofort hat er dich. Naja. Naja, ist alles nicht gut. Ach, das ist alles... ...blutgelaufen. Ich kann dich nicht hören. Ich kann nicht weizen. Ähm. Ähm. Ich kann dich nicht. Das meinte ich mir, dass es... Ja, ja. Aber ich dachte, der eine ist auch nicht... ...her kann. Ich will Handy davon. Ein paar. Jetzt töten. Ah, der andere hat so lange nicht gehörten. Jetzt töten. Alter, das war... Das kam mir echt spät. Ah, gut. Das war furchtbar. Versuch mir's besser. Nochmal neu. Das wollte ich vorhin, als ich daneben gesprungen bin. Ach so. Unmöglich. Und dann... Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ja, ist ja gut. Das war... Unflatt. Was hängt dir denn da am... Hinter... Ah. Messer. Alter, die ist eigentlich schon so durch den Löcher. Nur weil ich spiele. Aber bei mir bestimmt auch. Nee, bei mir nicht. Weil ich spiele vielleicht. Oh, scheiße. Was denn? Ich spiele halt, das spiele ich da nicht. Ich habe große Löcher, Viecher. Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Klima 6, versichert. Körper tief, wie ist Ihr Status? Tim Coe, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliets 3. Komm schon. Wo ist Juliet? Hier Cardinal 2. Ich sehe Vorwebenschäden in Juliets 3. Ein Felssturz hat die Tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch ungestürzte Bäume blockiert. Ich warte mal ein bisschen hier und hänge hier ab. Was von dir? Muskel. Ja, komm. Danke. Oh. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Äh, das was du immer machst. Honorato ist tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott. Falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Das ist so lustig, weil sie halt so voll entspannt guckt. Verdammt. So, erhöht Chance beim Pländern von Tieren. Das mache ich nicht. Ja, wir tüten echt viele Tiere. Ja, wozu? Lockpfeil. Ja, komm, ich mach mal. Au. Einfung und halten sie. Ich habe ja oft zu rülpsen. Ich habe ja oft zu rülpsen. Nein. Warte. Das ist so. Ich bin so. Au. Ne, aber wir machen das so. Grün ist schön unauffällig. Ja, im Dschungel. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Kommandant, Rock. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorweben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben. Richtig. Hm. Hier ist ein bisschen was kaputt. Hm, ein bisschen. Das fand ich eigentlich mal gut, dass die mal die Katze Katzen zu schwimmen bekommt. Hm. Das ist jetzt weniger gut für uns. Wärmebild. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Ja, okay. Aber das ist jetzt wirklich kacke für uns. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht, oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt fress ich diese Hektik? Rock hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Hey, steil mich. Oh, ja, geht halt durch. Oh, ja, geht halt durch. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Nein. Hau auf damit. Der kann zu mir kommen. Ja, macht er auch gerade. Oh, jetzt muss er aber auf. Geh mal weiter nach hinten. Na, zu spät. Das sind die Dichte. Oh, also Glück hat. Du hast ein weiter nach hinten, weil das ist uns ja vorhin auch passiert. Ja, aber ich hatte Angst, dass er, wenn ich hier bin, dass er uns dann sieht. Nee, um die Ecke meinte ich. Ach so. Du kannst den aber auch verstecken, ne? Ja? Nee. Eigentlich schon. Wenn ich dich finde, bist du tot. Wo ist er hin? Aber jetzt kommt er, hä? Aber das, eigentlich ging er schon. Das Gesicht. Kacke, was? Probe ich nicht, dass er von der anderen Seite kommt. Ach, der jetzt, kannst du eigentlich wieder hin, wenn wir jetzt gezogen haben. Ah, ja. Jetzt hattest du hingehen können, weil jetzt gab es ja keinen anderen. Ja. Du bist allein. Oh. Was machst du da? Na. Der vor allem. Oh. Aber die dürften dich nicht sehen. Weil die haben ja kein Ding. Aber die sind halt zu zweit. Der rick dich nicht. Der hat da einen gar nicht gesehen. Aber bis nicht habe ich mich. Bloß, aber, also. Ich hatte die Nucke rein. Es wurde erst rot, als sie das gegangen ist. Hm. Und der war mal geil. Und der ist einfach schießend durch die Gegend. Ja. Wie viele sind das eigentlich? Ah, jetzt. Also, die hält echt viel aus. Ja, total unlogisch. Und der ist für die anderen bezahlen. Hä? Ich dachte, da waren drei Leute. Ja, dachte ich auch. Die Leute sind das so. Aber ja, wir haben halt nur drei gesehen. Ja. Ich muss an keine Ausbildung denken. Was waren deine Ausbildungen? Da muss ich suchen. Hm, hm, hm. Oh, da bist du. Komm noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Und aufhörig, ne? Ist da noch jemand? Hm. Das kann man durchsuchen. Hm. Oh, diese Wärme kam aus. Das ist natürlich schlau, ne? Hm. Ich war nur sauer auf den. Durch die Luft. Ist irgendwie die Schwierigkeit runtergestellt worden? Wir haben den. Nicht mehr. Ah, der soll ich da. Upsi. Gehst du? Weiß ich nicht. Ich will hier alle ziehen. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Entschuldigung. Nein, hört auf die Brillen zu benutzen, die sind unfair. Darf ich meinen Brunnen benutzen wenigstens? Da ist nichts zum Verstecken. Geht wo noch vorne, Tobi? Hier ist nichts. Oh, 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 er sieht dich, er sieht dich. Oh, diese Wärmebrunnen sind so falsch. Oh, das wird ziemlich cool. Wird vielleicht noch jemand in diese Richtung kommen? Kaka? Kaka, Kaka. Oh, der, das, nein. Oh, der sieht das nicht. Wieso haben wir noch mal keine Waffen? Und weil sie, äh, sie beim, bei der Flucht vor, ähm, Helikopter immer wegschmeißt. Hä? Ja, das... Das ist einfach... ...total blöd zu laufen. Es ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Bei der Jagd mit meinem Dad war es immer genauso. Ich will, dass die Ruinen ruselige Baumstimpfe waren. Okay, hast du Hinweise? Keine Beute kann sich ewig verstecken. Jeder macht irgendwann mal einen Fehler. Ein kleiner Aufsrutscher. Du, wir haben schon ganz viele gemacht und leben auch. Also. Dann. Dann, 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 dann. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rourke. Sag mir wenigstens, wenn du weg bist. Was? Ich fühlte immer so aus. Ist der ein Blick von anderen? Da hinten war Gott einer, ne? Soll ich den holen? Jetzt. Und so ist er nämlich. Ja. Ach, die anderen haben die Leiche entdeckt. Ah. Na scheiße, da bist du auch nicht versteckt. Sammeln! Bereit machen für Angriff! Vorsicht, ich glaub, da kommt jetzt noch ein Kissen rein. Das muss ich mir ansehen. Ja. Oh, kacke, der wird sich sehen. F, F, der fängt an. Ja, klar, klar. Der hat, der hat nur die Leiche. Oh, auf der andere Seite. Ja. Oh scheiße. Wo haben die Leute drin? Ja, du auch. Es ist komisch, dass sie die Waffen nicht nimmt von denen, ne? Ja. Boah, ich bin gerade erschrocken. Ich war gerade so voll im Fluch. Ah, es sind zwei. Hä? Warum sehen die das? Kannst du dich sichern! Ich seh mir das mal an. Ja, da sieht er jetzt aus. Hä? Das war voll verpackt. Ja, ein bisschen verpackt. Aber ich hab irgendwann mal diesen Doppel-Silent-Ding geholt. Okay. Jetzt machen wir hier mal das kaputt. E. Ja gut, aber du warst gerade versteckt und sie haben dich beide gesehen. Ja, das war genau so verpackt. Oh, ein E. Okay. Da brauche ich dann später, wenn ich endlich wieder meine Waffen hab. Tja. Das wäre cool, das mit dem Bogen zu machen. Weil da habe ich ja so einen Multischuss dann. Ähm. Lara, bist du okay? Panastasia Beben? Ich bin bei einer Hörer, finde ich. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit? Okay. Ich finde dich. Geil. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören ab. Ach, Jonah, hast du meine Waffen gesehen? Autsch. Ist Oma angemalt? Nee. Das ist ein Bogen. Ähm, bitte. Loslassen. Ich dachte, unten wäre nicht so eine deutsche Schwing, aber das wollte sie auch nicht. Also okay. Loslassen. Bitte loslassen. Ich will aber meinen Bogen. Eine Anleitung zum Bogenschießen. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Oh yeah. Vielleicht werden sie dann meine Freundin. Hast du gesehen, wie die Szene durch ihre Arme gegangen ist? Nee, das hast du sicher nicht. Eins habe ich halluziniert. Oh, du hast endlich wieder einen Bogen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Dann machen die Ecke wieder. Und ich will euch wieder dort eingehen. Wir müssen Ihre Aufmerksamkeit nicht, natürlich bleiben. Deine Schwerdung wird ändern. Und ich komme zum Kolzen. Und ich bin da und meine Pfeile. Und ich bin da und meine Pfeile. Und ich bin meiner Pfeile. Untertitelung des ZDF, 2020